Schwerpunkt Führung, Ausgabe 1. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Sales Manager der Spitzenklasse. Ab dieser Ausgabe beginnen wir ein neues Thema. Wenn Sie diesen Podcast schon eine Weile hören, dann wissen Sie, dass wir seit der Ausgabe 101 immer quartalsweise ein Thema herausgreifen und umfassend behandeln. Akquise, Gesprächsführung, Präsentation und Angebot, Preisverhandlung und Abschluss sowie Verkaufstraining haben wir mit jeweils 13 Ausgaben bereits behandelt. Jetzt machen wir mit dem Thema Führung weiter. Es erwarten Sie wieder ein Quartal lang 13 Ausgaben zu den unterschiedlichsten Aspekten der Führung im Vertrieb. Und heute starten wir mit dem ersten Thema. Der beste Sales Manager aller Zeiten. Unternehmen suchen nach dem idealen Sales Manager, viele wollen so sein und niemand kann ernsthaft von sich behaupten, schon jetzt die Nummer 1 zu sein. Oder wenn doch, wie lange noch? Aber vielleicht lohnt es sich zu Beginn der Serie, über Führung im Vertrieb ein Idealbild zu zeichnen. Ein Idol von einem perfekten Vertriebsleiter, wenn das geht. Man könnte ja auch den Standpunkt vertreten, dass es keine Idealvorstellung einer Führungskraft im Vertrieb geben kann, weil die Anforderungen so unterschiedlich sind. Was ist schon ideal? Auf der anderen Seite gibt es fast immer ein Muster für Erfolg. Die Brüder Chip und Dan Heath haben in ihrem Buch untersucht, welche Produkte die Zeit über dauern und welche nicht. Dabei ist aufgefallen, dass es eine klar definierte Liste von Erfolgsfaktoren gibt, die man bei allen erfolgreichen Ideen zumindest mehrheitlich erkennen kann. Allerdings gibt es überhaupt kein Muster für Misserfolg. Erfolg ist an wenigen Faktoren erkennbar, aber Misserfolg ist vielfältig. Anlehnend an die Erfahrungen der Heath-Brüder wage ich in dieser Ausgabe den Versuch, den Erfolg bei der Führung im Vertrieb auf einige wenige Faktoren zurückzuführen. Vielleicht ist diese Liste der Faktoren nicht vollständig. Aber bestimmt gibt es Eigenschaften und Fähigkeiten, die den Erfolg beflügeln. Auch wenn es schwierig oder gar unmöglich sein sollte, alle Erfolgsfaktoren immer zu erfüllen. Dann ist es dennoch interessant, sich danach auszurichten. Diese Faktoren sollten Sie bei sich suchen, wenn Sie der perfekte Sales Manager sein wollen. Und wenn Sie auf der Suche nach dem besten Vertriebsleiter sind, ist diese Liste der Faktoren ebenfalls eine gute Orientierung für Ihre Einstellungsgespräche. Die besten Sales Manager beherrschen Strategy statt History. Menschen lernen aus Erfahrung. Das ist schon immer so gewesen. In vielen Jahrtausenden der Entwicklung der Menschheit und der Zivilisation hat es völlig ausgereicht, wenn man als junger Mensch lernte, schließlich auslernte und später vom Gesellen zum Meister wurde. Vielleicht ist die Generation der Babyboomer die erste Generation, die damit konfrontiert wurde, dass viele Errungenschaften aus den Anfängen derer Berufslaufbahn heute nicht mehr viel wert sind. Das ist bitter, scheint sich aber auch für die Generation X, Y und erst recht die Generation Z vorzusetzen. Alles ändert sich, weil sich die Umweltbedingungen wesentlich schneller verändern, als die Generationen wechseln. Meine Generation hat den Aufstieg und Fall von Telefax und BTX noch miterlebt. In meiner Jugend waren Telefone gerade in jedem Haushalt angekommen. Und ein halbes Jahrhundert später gibt es viele junge Haushalte, die gar kein Festnetztelefon mehr brauchen. Unsere Kommunikationsgewohnheiten ändern sich rasend schnell. Verkaufen ist Kommunikation. Wenn sich die Grundlage unseres Berufes ändert, dann müssen wir bereit sein, uns anzupassen. Ist es also noch zeitgemäß, eine Vertriebsmannschaft mit den Methoden zu führen, die die Karriere des Vertriebsleiters begründet hat? Vielleicht ja, aber wahrscheinlich nicht. Die Führungskräfte von heute brauchen in besonderem Maß die Fähigkeit, ihre eigene erfolgreiche Entwicklung zu reflektieren und kritisch zu filtern, welche der Erfolgsrezepte von damals heute noch funktionieren können. Ist es noch die Schlagzahl bei der Kalterquise oder der clevere Einsatz von vorgeschalteten Leadgewinnungsmethoden, die den Erfolg bei der Neukundengewinnung bestärken? Ist es noch immer der schiere Fleiß beim Beantworten von Kundenanfragen mit Angeboten, die den Erfolg ausmacht? Oder muss es dafür längst Rahmenverträge und Selbstbedienungskonzepte geben? Ist Außendienst noch ein tragfähiges Konzept? Oder brauchen wir Verkäufer, die auch mal eine Reise zum Kunden antreten, wenn das sinnvoll ist, aber sich nicht unbedingt darüber definieren, dass sie Reisende sind? Wir brauchen Manager im Vertrieb, die ihre eigene Historie als Quelle der Inspiration, aber nicht als Blaupause für den heutigen Erfolg sehen. Das ist eine schwierige Aufgabe, die gleichermaßen Selbstvertrauen und Sachverstand erfordert und ein gehöriges Maß an Bodenständigkeit und Kritikfähigkeit. Gute Salesmanager haben außerdem mehr Fragen als Antworten. Oder sollte man sagen, mehr Fragen als Aussagen. In Zeiten, die sich schnell verändern und wo es immer schwieriger wird, zwischen kurzlebigen Moden und richtungsweisenden Trendwänden zu unterscheiden, brauchen wir Menschen, die Fragen stellen. Die Vorstellungen und Erkenntnisse unserer Vorväter sind in den Zeiten moderner Globalisierung nicht mehr viel wert. Lediglich die großen Fragen der Menschheit, die in einem philosophischen Zusammenhang stehen, sind gleich geblieben. Jetzt müssen wir im Alltagsgeschäft die festgefahrenen Prozeduren und Verhaltensweisen ebenfalls durch clevere Fragen ersetzen. Statt zu sagen, wie es geht oder besser bisher ging, brauchen wir mutige Führungskräfte, die Fragen stellen. Dabei muss nicht alles und jeder ständig in Frage gestellt werden. Allerdings ist es hilfreich, die Wirkungsweise der eigenen Pläne und Strategien immer wieder in Frage zu stellen. Noch 2015 hatte ich mit einem altehrwürdigen Unternehmen in marktbeherrschender Stellung zu tun. Als ich hörte, dass die komplette Vertriebsführung im Moment keine Zeit für irgendetwas hatte, weil sie gerade den Fünf-Jahres-Plan mit dem Vorstand und der Produktion abstimmen mussten, dachte ich zunächst an einen Scherz. Aber es war ernst gemeint. Alle Zahlen mussten auf Monatsebene festgelegt werden. Planzahlen für Umsätze auf Produktebene pro Vertriebsregion und zugehörige monatliche Kosten und Investitionen. Mehr als ein Quartal an Managementkapazität des kompletten Unternehmens ging 2015 dafür drauf. Das Unternehmen nimmt heute nicht mehr am Markt teil. Tausende von Mitarbeitern haben ihren Arbeitsplatz verloren. Die clevere Chancensucher-Mentalität des seit einigen Jahren verstorbenen Unternehmensgründers hat es nicht in die Köpfe des Managements geschafft. Es wäre so einfach gewesen, dieses Unternehmen mit enormen Kapitalreserven und einem hervorragenden Markenrenommee auf Erfolgskurs zu bringen, wenn die Führung mehr nach den richtigen Fragen statt nach den richtigen Aussagen geforscht hätte. 3. Sales-Manager führen über Daten und schaffen Zusammenhänge über Empathie. Mein Trainervater Rainer Ströbe, der mich damals ausbildete, er ist der wesentliche Grund, warum ich diesen Bereich seit nun etwas über 15 Jahren erfolgreich ausführe. Von ihm habe ich gelernt, dass erfolgreiche Führung Lokomotion und Kohäsion braucht. Antrieb und Zusammenhalt. Antrieb ist wichtig für die Weiterentwicklung und wir müssen uns als Organismen und als Organisationen permanent weiterentwickeln. 4. Stillstand gibt es nur in dem sehr kurzen Moment zwischen Tod und Verwesung. Sonst ist immer alles Leben und Leben ist Bewegung. Es ist unsere Aufgabe als Führungskraft, diese Bewegung zu bewirken und die Richtung der Bewegung zumindest in groben Zügen zu bestimmen. Wir sind verantwortlich dafür, dass Organisationen sich bewegen und entwickeln. Zusammenhalt ist ebenso wichtig für die Entwicklung von Organisationen. Denn wenn die Lokomotive mit voller Kraft zieht, aber die Kupplung nicht hält, kommt am Ende nicht der ganze Zug an. Bewegung ohne Zusammenhalt ist sinnlos, weil dann nur die Maschine ohne Ladung am Ziel ankommt. In einem Team sind viele Menschen für den Erfolg verantwortlich. In modernen Verkaufsorganisationen entsteht der Verkaufserfolg nicht mehr durch Einzelleistung wie in Zeiten des Staubsaugerverkäufers in den 60er Jahren. Der Vertrieb muss sich auf ein funktionierendes System aus Marketing, Technik, Service und Logistik verlassen können. Dahinter stehen Menschen, Beziehungen und Zusammenhalt, um immer den Teil des Teams zu unterstützen, der am meisten Hilfe braucht, um seinen Beitrag zu leisten. Die Zeiten der heroischen Einzelkämpfer sind vorbei. Ist der perfekte Sales Manager eine Illusion? Vermutlich eher eine Vision oder eine Utopie im besten Sinne. Oder schlicht ein ideales Vorbild. Wir sollten uns an diesem Leitbild orientieren. Auch wenn es heute wohl noch nicht Realität sein kann. Wir haben zwölf Fragen für Sie vorbereitet, die Sie vielleicht Ihrem nächsten Bewerber für eine Führungsposition im Vertrieb stellen sollten. Oder vielleicht auch sich selbst, um zu prüfen, inwieweit Sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Wenn Sie diese zwölf Fragen für sich als Checkliste herunterladen wollen, dann finden Sie diese unter stefanheinrich.com slash Führung, Führung mit OE. Dort können Sie sich eintragen, um die insgesamt 13 Ausgaben zum Thema Führung sicher zu bekommen. Und als allererstes erhalten Sie die Checkliste für die zwölf Fragen, die Sie sich selbst stellen können und die der perfekte Sales Manager beantworten kann. Hier nun die zwölf Fragen. Erstens. Welcher Verkaufserfolg von Wettbewerbern war für Sie ein großer Ansporn? Zweitens. Welcher Leitsatz hat Ihre Karriere geprägt? Drittens. Welche Ihrer heutigen Eigenschaften hat Ihr wichtigster Chef tatsächlich geprägt? Viertens. Wenn Sie mit Verkäufern arbeiten, was ist aus Ihrer Sicht die größte Schwierigkeit als Verkaufsleiter? Fünftens. Was war der Grund für Ihren ersten großen Verkaufserfolg? Sechstens. Aus welchem Ihrer Reihenfälle als junger Verkäufer haben Sie am meisten gelernt? Siebtens. Von all Ihren bisherigen Chefs war sicherlich eine schlechtere Führungskraft dabei. Was haben Sie konkret daraus gelernt? Achtens. Wenn es einen Sinnspruch gäbe, den Sie einem 25-jährigen Verkaufstalent mitgeben wollen, was würden Sie ihm mit auf den Weg geben? Neuntens. Was halten Sie für Wichtige in einem guten Vertriebsteam? Motivation oder Teamgeist und warum? Zehntens. Wenn Sie bei Ihrem wichtigsten Verkäufer wählen könnten, würden Sie Loyalität oder Kampfeslust wünschen? Elftens. Welche Gewohnheit wollen Sie in den kommenden sechs Monaten sich abgewöhnen und warum? Zwölftens. Wenn Sie die Ergebnisse einer Vertriebsmannschaft beurteilen sollen, welche Kennzahlen sind für Sie besonders wichtig und welche Messwerte ignorieren Sie? Das waren die zwölf Fragen, die Sie einem hervorragenden Sales Manager stellen können und er wird Sie beantworten können. Es gibt nicht die ideale Antwort, aber ich denke, im Zusammenhang mit dem Podcast können Sie sehr gut Menschen einschätzen, die Ihnen auf diese zwölf Fragen eine hoffentlich ehrliche Antwort gegeben haben. Und nächste Woche geht es weiter mit unserem Schwerpunkt Vertriebsführung. Diesmal mit dem Thema die ersten 100 Tage des Vertriebsleiters. Was sollte er tun und was besser nicht? Hier mal ein Hinweis in eigener Sache. Wie viele von meinen Podcast-Hörern vielleicht wissen, veranstalten wir eine einzige große Veranstaltung pro Jahr. Wir nennen diese die Sales-Up-Conference, also die Konferenz, die dazu da ist, Ihre Vertriebsleistung nach oben zu fahren. Sales-Up-Conference, englisch geschrieben, .de. Da finden Sie alle Informationen und dieses Jahr am 23.03. treffen wir uns in München und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie als treue Podcast-Hörer auch dort begrüßen darf. Also, 23.03. in München, Sales-Up-Conference. Und es wird ein wundervoller, dichtgepackter Tag voller Informationen und hoffentlich wertvoller Tipps für Sie. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an. Unter der deutschen Nummer 0651-360-89101. Ich wiederhole das. 0651-360-89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.